Ach, wunderbar. Traug man keine Feinde. Sie werden es sicherlich kennen. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Gemühen. Da stehe ich nun nicht, armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum. Und sehe, dass wir nichts wissen können, dass wir mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Ich habe weder Skrupeln noch Zweifel, fürchte mich weder für Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freude entrissen. Bild mir nicht ein, was Recht zu wissen. Bild mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch habe ich weder Gut noch Geld noch Ehr und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Drum habe ich mich der Magie ergeben, dass mir durch Geistes, Kraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund. Dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Danke. Vielen Dank.